Ich bin süß genug, deswegen. Das war dann auch für sie zu viel. Ja, geht ihr da rein. Wir wollten in den Obi, weil Nonoemi ihr Zimmer umgestalten will. Also ein bisschen pink, lila, dies, das, ihr kennt's. Was Teenies halt so feiern, wenn sie 15 sind. Die Jugend von heute. Jogginghose. Weißt du, wie man das nennt? Schlumpf. Ja, ich bin gern Schlumpf. Du bist ein Schlumpf. Ich bin ein Superschlumpf. Der Superschlumpf im Obi. Und natürlich, wer hätte das gedacht, bleibt die feine Dame bei dem vielseitigen Farbangebot ausgerechnet bei der feinen Farbe von Alpina hängen. Ist aber auch fein. Ich wäre für Nummer 41. Nein. Wie schön. Du willst welche? Was ist das dann? Expressives Grafikgrau. Du bist keine expressive Person. Das juckt mich nicht. Das muss doch ein Zimmer sein. Das bist du. Tochter der Antike. Lass immer noch in Jogginghose rum. Hier. Würdevolles Hellgrau passt auch nicht. Das ist nicht würdevoll heute. Elegantes Blaugrau. Steht aber auch steinblaue Schönheit. Ja. Das passt.